Die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft, man verschiebt Zahlungsversprechungen immer weiter in die undefinierte Zukunft. Die Aktienmärkte handeln gleichwohl auf Allzeithochs, Vermögenspreise sind gestiegen, wir haben Wohlstand und schaffen dabei überall Zombies, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen in der neuen Woche. Was meine ich damit? Ich will mal ein kurzes Schlaglicht werfen auf das, was vielleicht derzeit der Fall ist, was seit Jahren der Fall ist, was Trends sind, was eigentlich mit unserer Wirtschaft, mit unserem Wohlstand los ist und starten wir mal mit dieser Meldung hier aus Fokus. Bis zu 800.000 der Zombie-Unternehmen bedrohen Wirtschaftslage in Deutschland. Sie wissen ja, dass jetzt bis Ende September zunächst mal die Insolvenzordnung aufgehoben ist. Man muss also als Unternehmen nicht mehr Insolvenz anmelden. Das heißt, ich kann zum Beispiel als kleines Unternehmen weiter irgendwelche Dinge bestellen, die ich eigentlich faktisch schon gar nicht mehr bezahlen kann, mache mich damit nicht strafbar, was ich sonst tue, wenn ich eben weiß oder mir nachgewiesen werden kann, ja, ich war ja gar nicht mehr liquide, ich konnte das eigentlich gar nicht mehr bezahlen, habe es trotzdem bestellt. Das heißt, für Lieferanten entstehen hier natürlich Probleme. Ich kann gut verstehen, dass man sozusagen diese Pleitewelle, die durch die Corona-Krise hier entstanden wäre, dass man versucht hat, die irgendwie aufzuhalten. Denn das sind oft sich selbst verstärkende psychologische Mechanismen. Dann kommen Schlagzeilen, dieses Unternehmen pleite, das pleite. Also das verstärkt dann oft so den negativen Bias in der Stimmung, die dann wiederum selbst Einfluss auf die Wirtschaft nimmt. Die negative Stimmung sorgt für negative Wirtschaft, wenn man so will. Das ist alles gut verständlich. Aber das Problem ist, dass wir eben jetzt unsere Probleme immer weiter in die Zukunft verschieben. Irgendwann muss man dann wieder dieses Grundprinzip der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, nämlich das Scheitern von Unternehmen anerkennen, muss es wieder als Regel gültig machen. Und dann hat man wahrscheinlich eine Lawine von Unternehmen, die gleichzeitig über den Jordan gehen. Und dann ist das sozusagen nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Es kommt dann geballt. Das ist so ein bisschen wie im menschlichen Insgesamte. Wenn man Probleme immer weiter in die Zukunft verschiebt, dann werden sie, wenn sie plötzlich akut werden, werden riesig und kaum bewältigbar. Und genau das ist das Problem. Das gilt hier übrigens auch für die Kurzarbeit. Jetzt der Vorschlag von Ole Scholz, unserem hoffnungsreichen Kanzlerkandidaten der SPD, der sagt, ja, lass uns doch diese Kurzarbeitergeschichte auf 24 Monate verlängern. Und wenn wir es auf 24 Monate verlängert haben, dann werden wir es vielleicht nochmal ein Jahr verlängern. Und dann werden wir gleich sagen, ach, ist doch ganz schick. Wir müssen ja die Leute subventionieren. Hilft ja nichts. Dementsprechend zombifizieren wir vielleicht unseren Arbeitsmarkt gleich noch mit. Das ist sozusagen eine Zombifizierung der Wirtschaft, von der wir derzeit sehen, dass gerade in den USA die Zahlen weiter nach oben gehen. Etwa 18 Prozent, also fast jedes fünfte Unternehmen hat nicht mehr die Chance, aus den eigenen Profiten die Schulden zu bezahlen, respektive die Schuldkosten, also die Zinsen für dieselben. Was wir hier sehen, ist eine Grafik einer Zombie-Ökonomie, wenn man so will. Das ist Japan. Heute die Wirtschaftsdaten schlechter als erwartet. Minus 7,8 das zweite Quartal. Okay, das ist natürlich Schnee von gestern und dass das nicht besonders toll werden würde, war schon klar. Allerdings der Nikkei dennoch beeindruckt, dass die Zahl schlechter war als die erwarteten Minus 7,5. Vor allem Minus 27,8 das annualisierte BIP-Wachstum oder genauer gesagt die BIP-Schrumpfung in den USA, also in Japan. Wir sehen also, was da los ist. Nicht ganz heute, sondern am Samstag vor 49 Jahren ist Bretton Woods aufgehoben worden. Also praktisch die Bindung des Dollars an Gold. Und man kann sagen, seitdem ist irgendwie natürlich eine Ausweitung der Geldmenge, Ausweitung von Kreditsystemen, Ausweitung von Assetblasen, letztendlich die Tür geöffnet worden, wenn man so will. Es gab gute Gründe, diesen Goldstandard aufzuheben, weil schlichtweg zu wenig Gold da war. Allerdings war Nixon auch in einer schwierigen Situation, weil das Gold eben nicht da war, dass manche, zum Beispiel die Franzosen, eingefordert hatten. Man konnte also dieses Versprechen gar nicht halten und hat dann gesagt, ja gut, dann gilt das Versprechen nicht mehr. Seitdem, wie gesagt, tendieren die Wirtschaftssysteme hin zur Eskalation, hin zur absoluten Ausweitung von Übertreibungen. Und jetzt kommt ein anderes System, nämlich das chinesische. Hier sehen wir Xi Jinping und der sagt, ja, der Marxismus ist sozusagen die Grundlage für das Wachstum unserer Gesellschaft. Naja, jetzt haben wir auf der einen Seite ein scheinbar marxistisches Modell, was das mit Marxismus zu tun hat in China. Das muss man mir vielleicht nochmal erklären. Denn, aber sei es drum, jedenfalls hat der Marxismus ja schon glorreich gezeigt, wie erfolgreich er ist. Er ist ökonomisch in der Realität. Jedenfalls ist jetzt die Alternative offenkundig ein kapitalistisch-marxistisches System, wie auch immer man es bezeichnen will, aus China. Und auf der anderen Seite der Westen, der im Prinzip jeden Schmerz immer wieder in die Zukunft verschiebt, der Zahlungsversprechen in die Zukunft verschiebt, letztendlich die Probleme in die Zukunft verschiebt, nur um jetzt den Schmerz eben nicht in Kauf nehmen zu müssen, aber nur wenn ich Schmerz in Kauf nehme, dann merke ich, ich muss was ändern, es tut weh, ich muss mich irgendwie verändern, ich muss etwas ändern. Und genau das passiert nicht, sondern man verschiebt es eben immer weiter. Und das wird die Probleme in die Zukunft bringen, auch wenn es natürlich in der Gegenwart ein bisschen bequem ist. Verschieben ist auch das richtige Schlagwort für das, was eigentlich jetzt an diesem Wochenende stattfinden sollte. Nämlich ein Treffen oder eine Videokonferenz zwischen den USA und China, wo es eigentlich ja um den Handelsstil gehen wollte. Aber offenkundig hat man nicht so richtig Lust darüber zu sprechen, denn eins ist klar, die Chinesen kaufen nach wie vor zu wenig. Jetzt sagt man, okay, vielleicht geben wir ihnen ein bisschen Zeit, dass sie da mal ein bisschen mehr Gas geben. Und wir dürften in diesem Jahr, egal was die Chinesen jetzt noch machen, denn die Zeit läuft ja ab in diesem Jahr, deutlich unter den Käufen seien des letzten Jahres. Eigentlich sollte sich die ganze Geschichte ja mehr als verdoppeln, da sind wir weit entfernt von. Jetzt hat China noch eine kleine Preiseite gegeben, nämlich die chinesische Notenbank hat gesagt, das was die Fed da macht, das ist die Basis für eine neue Finanzkrise. Und sie haben sogar damit Recht, vielleicht aus der falschen Motivation, aber es stimmt leider. Denn hier sehen wir eben eine absolute, ja, die Aufhebung aller letztlich gesunden Prinzipien, wenn man so will. Klar, man will retten, man will den Schmerz vermeiden, man will nicht, dass Massenarbeitslosigkeit entsteht. Alles richtig, alles gut. Nur die Frage ist, was passiert dann, wenn wir aus dieser Politik mal raus müssen? Oder kann man aus dieser Politik gar nicht mehr raus? Dann können wir aber nicht mehr von einem Markt sprechen, können wir nicht mehr von Märkten sprechen, können wir eigentlich nicht mehr von Kapitalismus sprechen, sondern dann haben wir vielleicht eine kapitalistische Planwirtschaft oder so ähnlich, eine Notenbank. Diktatur des Geldes mit freundlicher Genehmigung der Politik. Schwer zu sagen, wie man das bezeichnen soll. In Sachen Wahlen in den USA wird es jetzt langsam kritisch. Hier sehen wir mal den S&P 500, der jetzt in der Phase in Wahljahren, und da sehen wir, ja, es geht dann meistens so ab Mitte August so leicht nach unten. Und dann entscheidet es sich im September, wenn der Amtsinhaber und seine Partei gewinnen, dann geht es nach oben. Wenn der Amtsinhaber und seine Partei verlieren, dann geht es nach unten. Und wir sehen jetzt in Sachen Amtsinhaber, dass Biden zwar in den Umfragen nach wie vor einen Vorsprung hat, der aber geringer geworden ist, jetzt nur noch 50 zu 41 Prozent. Also es ist alles andere als klar, wie diese Wahlen ausgehen werden, die so wichtig werden, psychologisch vor allem wichtig. Wie wird weiter dann die Welt regiert werden im Sinne von Trump mit Zöllen, mit all den Dingen, die wir aus den 1930er Jahren kennen und in ihrer Wirkung einschätzen lernten. Oder wird es zumindest den Versuch geben, die Dinge ein bisschen anders zu machen. Biden ist sicherlich ein schwacher Kandidat. Das wird hier in den Umfragen auch klar. Die meisten wählen, wenn sie denn für Biden stimmen, werden ihn nicht wählen, weil sie ihn so toll finden, sondern weil sie Trump loswerden wollen. Also auch das ist sozusagen hier eine Geschichte, dass wir letztendlich auch keine überzeugende Figur haben, die derzeit irgendwo ein Modell anbieten kann, das zukunftsträchtig scheint. Sei es drum. Hauptsache wir haben die Wohlstandsillusion und fühlen uns wohl und sind gut gelaunt an diesem wunderbaren Montag, in diesem Sommer, meine Damen und Herren. Dass ein bisschen sommerlochig ist, die Aktienmärkte seitwärts, wenig Impulse. Mal sehen, ob jetzt etwas passiert, ob ein bisschen Schwung in die Geschichte reinkommt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesem Tag. Und sage Servus und Ciao. Vielen Dank.